Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Wir müssen einfach abwarten. Aber der Chef glaubt doch selber nicht mehr dran. Was ist denn, wenn er sich umbringt? Was ist denn da mit uns? Der Günsch hat mir gesagt, es gibt vielleicht einen Fluchtweg unter den russischen Linien durch zu den Amis. Warum hast du denn gesagt, dass du unbedingt bei ihm bleiben möchtest? Weiß ich nicht. Ehrlich.